Applaus Und nun begrüßen Sie die Mannschaft der SVG Niederküderstadt mit Marcel Schaib Christian Reinhardt, Daniel Ote, Sven Hendrik, Peter Salonte, Mario Eckstein, Peter Stein und Alexander Franz. Begrüßende Kanzleiter der heutigen Begegnung an Dreirut vom SVG Niederküderstadt. Zur Information, die Kämpfer der Aufstiegsrunde, also Tor und Inter, werden noch nach den Regeln der Liga 2013 ausgetragen. Verweist mit den alten Begrüßklassen und auch nach den alten Regeln. Ich stelle Ihnen jetzt die Mannschaften vor, die Gäste aus Wiesenthal genannt haben. Klasse mit 46 Kilogramm, hier stellen die Gäste keine Gegner für die SVG Niederküderstadt, Marcel Schaib. Klasse mit 50 Kilogramm, Mario Simiata für Wiesenthal, Niederküderstadt, Untersetz. Klasse mit 55 Kilogramm, Daniel Kola für Wiesenthal, Niederküderstadt, Niederküderstadt. Klasse mit 60 Kilogramm für Wiesenthal gegen Christian Reinhardt. Klasse mit 66 Kilogramm für Wiesenthal, Niederküderstadt, 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 Niederküderstadt. Ap yes, of this will give us the millionаем floor of people, the Christian Reinhardt. Klasse mit 48 kilos, Niederküderstadt, 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 Niederküderstadt und Niederküderstadt, Niederküderstadt, Niederküderstadt. Vielen Dank.